Servus Leute, wir haben endlich die 200 Abonnenten geknackt. Wir sind echt stolz, weil in so kurzer Zeit 200 Abonnenten zu erreichen ist schon gut. Wir haben jetzt in der letzten Zeit leider recht wenig Videos drehen können bzw. gar nicht. Ja, aufgrund einfach des Wetters, weil wenn wir uns jetzt aufs Feld stellen würden, würden da irgendwie Raketen zünden oder sowas, weil die Gefahr viel zu groß, irgendwas brennt. Jo, aber wir wollen jetzt bald wieder anfangen durchzustarten. Jetzt hier ein kleines Spezial, haben wir ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Ihr müsst dafür, um hier diese Preise zu gewinnen, müsst ihr liken, kommentieren und abonnieren. In den Kommentaren müsst ihr dann reinschreiben, was euch in unserem Account so gut gefällt bzw. in unserem Kanal. Ja, ich zeige euch schon gerade mal, was es zu gewinnen gibt. Also einmal das Leuchtspektakel von Veko, dann die Crash von Panda, dann zwei Packen China Böller D von Diamond, dann zwei Packen Riesen China Böller D von Veko und zwei China Böller D auch von Veko. Dann von Pyro Art die Reibkopfknöller und eine Dreierpackung Kubis auch von Veko. Ja, also wir haben gerade eben unsere Bestellung bei Röder getätigt, haben 600 Euro rausgehauen, wird auf jeden Fall ziemlich fett, wird ich glaube 66,5 Kilo ungefähr wiegen. Werden auf jeden Fall ein paar große Pakete werden, wir sind echt ein bisschen aufgeregt schon. Und ja, wie gesagt, es werden Vorfreude-Videos in der nächsten Zeit kommen, dann werden wir ein paar Testvideos auf jeden Fall raushauen und dann zu Silvester eben Bestellung, Einkauf und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, schaut, dass ihr daran teilnehmt, weil ihr müsst ja nichts bezahlen dafür, nichts Großes machen. Ähm, und ja, müsst ihr uns, also wir machen das Ganze dann per Zufall, wir schauen dann, äh, wer der Gewinner ist, das, ähm, ist dann ganz willkürlich. Und ja, wir schreiben euch dann an über YouTube und, ja, ihr müsstet uns dann nur eure Adresse geben und, ja, wir schicken euch dann den Gewinn zu. So, sorry Leute, ich hab mich gerade eben ein bisschen versprochen, ähm, und ich hab noch was vergessen. Und zwar, das Gewinnspiel geht bis zum 30. September, also bis dahin könnt ihr teilnehmen. Ähm, Kommentar und Like gilt nur unter diesem Video, Abo ist aber auch natürlich vorausgesetzt, ähm, natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, auch unsere, unsere anderen Videos kommentieren und liken. Da haben wir kein Problem damit. Ähm, ja, also, wie gesagt, nehmt teil, vielleicht habt ihr ja Glück und könnt diese Preise gewinnen. Haut rein! Ähm, ja, also, wie gesagt, nehmt teilnehmen.